Wo kommt der jetzt auf einmal her? Okay, okay, okay. So weit ist es nicht mehr, glaub ich zumindest. Ah ja, hier. Einfach verwechseln und... Tschüss, 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 tschüss. Jawohl. So, der Elefant, der mal wieder was bringt. So, und jetzt kommt der Trick. Echt? Oh Gott, ich muss mich beeilen, weil... Wenn die Typen hoch ankommen... Nein! Oh Gott! Das ist heftig, das ist echt heftig. Oh, dann flacht der plötzlich so ab, der Hammer. Nein! Kid, was machst du denn? Oh, ich könnte kotzen! Logbuchant. Ja... Nein! So doof! Oh, nee! So ehrlich. Wie dumm kann man sich denn bloß anstellen? Zu doof. Boah, ist das doof. So dumm anstellt, wie ich das grad getan habe, dann hat man sich nicht besser verdient, als so blöd abzukommen. Warum springt ihr so behindert? Ich war ja noch nicht mal geduckt oder sonst irgendwas. Ich bin einfach nur behindert gesprungen. Und dann... This is dangerous. Ja, 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 ja. Also ihr merkt schon, ich bin das sozusagen gerade so ein bisschen am durchwaschen. Weil... Immer wieder dasselbe zu sehen. Ich weiß nicht, ob das spaßig ist, aber... Aber ich hoffe einfach mal, dass es nicht mehr so oft ist. Dass jetzt zum Beispiel das letzte Mal ist, dass ich diesen Scheiß ja hochkröppeln muss. Kommt bestimmt auch irgendein behinderte Endboss. Das... das kann ich mir ja nicht anders vorstellen. Und jetzt bin ich gerade mal überlegen, ob ich den hier von dir kriege. So, dann kann ich mir auch gut die Katze holen. She's a golden cat. Oh Gott. So, Katze geholt. Und... Äh... Hab ich das hier schon gebraucht? Ne. Das war das noch. Das ist noch machbar. Eigentlich. Diese komischen lila Kügelchen hier fallen. Die verfolgen mich ja nach oben. Aha. Ja, genau. Ja, und dann kommt da... Hier, diese lila Kugel. Wo kam die jetzt bitte her? Wenn man mal fragen darf. Oh Gott. So. Es neigt sich ja mal wieder dem Ende. Zumindest hab ich das Gefühl, dass es sich dem Ende neigt. Jawohl. So, das. Und Schuss, 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 Schuss. Schuss! So. Sehr schön. Und hier schießen wir nochmal. Und da muss ich durch. So, und jetzt heißt es einfach nur Tempo, Tempo, Tempo. Und präzise Sprünge und Tempo und alles zusammen. Oh. Ja, Mensch. Ja, genau. Genau. So, was hat jetzt auch gefehlt. So. Weg mit dir. Und... Nein! Ich dachte, ich muss da drüber springen. Och, ist das behindert. Äh. Nein. Toll. Ja, jetzt krieg ich. So. So. Nein. Die droppen echt bis nach oben. Toll. Oh. Nein! Da stürzt der ab! Och, Kid! Verdammt nochmal! Nein, falsche Richtung. Ja, und damit... Oh. Haha. Okay. Muss ich mal merken. Geh ich da einfach einen Schritt zurück und dann ist gut. Und Schuss, so. Schuss. Und... Tempo. 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 Neck. Was? Warum trifft er mich? Der war da noch ganz oben! Verdammte Scheiße! Mann! Und so langsam werde ich aber wirklich ungehalten hier. So eine dämliche Scheiße! Der war überhaupt noch nicht oben, ja? Und der trifft mich trotzdem. Was zum Henker! Echt! So, hör auf deinen Scheiß. Hammer! Boah, diese behinderten Hammerbrüder! Ist das scheiße! Uh! Ja, fick dich! Ja, fick dich doch! Oh, Mann ey! Ist das ein Rotz! Ja! Ja, natürlich! Werf dein Zeug noch davor! Oh! Wirk mir nochmal einen rein! Ich kann das gebrauchen! So. Oh, Gott! Herrgott nochmal! Dieses beschissene Tempo-Kack-Teil! Wie soll das gehen? Beziehungsweise, ich habe es ja schon einmal geschafft und dann... Da hätte ich dann am liebsten direkt so wieder so einen Elefanten dahinter! Weil das so abnormal dumm ist einfach! Oh! Oh! So eine doofe Scheiße! Echt! Ja, ja, ja! Dangerous Territory und so! Ich weiß! Du war direkt beschissen! Echt! Und den letzten schaffe ich irgendwie nicht! Weil ich zu dumm dafür bin! Ich weiß nicht! Ja, 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 ja! Ich bin die liebsten ja hier unter den 30 Parts abgeschlossen! Beziehungsweise, ja, ja! 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 Das dürfte ja dann mal keine Ahnung welcher Part sein! Ich habe das Level generell noch nicht geschnitten! Also von daher weiß ich es auch noch nicht so genau! Äh... Aber auf jeden Fall... Nein, ziemlich... Irgendwie... Part... Ach... Ja! Pick dich, man! Okay, jetzt ist es sozusagen schon Pflicht, den da hinten zu holen! Spring doch! Och man, ey! Nein! Och! Geht es noch dümmer, bitte! Naja, okay! Wenigstens bleibt er hinten! Weg! Was denn? Jetzt brauche ich ja noch mehr als einen Treffer! Lol! Okay, eine Katze hätte ich! So, und jetzt da und drauf bitte! Und... Jetzt! Jetzt kannst du weiter gehen! Ich habe so viel Leben, ey! Und trotzdem verkacke ich das immer! So viele goldene Katzen gefunden in dem Level! So! Da kommt einer! Das habe ich mir gemerkt! Den habe ich kaputt! Und alle drei sind in etwa... Nein! Ich kann nicht drüber sprechen, ey! Mann, ey! Ey! Wie soll man das bitte schaffen? Diese kacklila Scheiße da oben! Echt! Oh nein! Aber das ist ja echt zu dumm! Ich weiß echt nicht, wie das gehen soll! Mann, ey! Hey! Bums! So! So! Und... Das finde ich hier echt eine Verarschung! Der damaged mich wieder! Oh, ich wusste es! Ich wusste es! Verdammt! Ich weiß nicht, muss ich den letzten dann abschießen? Oder wie sieht das aus? Oh nein! Falsche Waffe! Fick dich! Dumm! Echt richtig dumm! Oh Gott! Holy Shit, ey! Jetzt damaged mich der! Ach, ich krieg das nicht hin, ey! Also Leute, ich werd das jetzt mal ein bisschen weiter probieren! Wenn ich das nochmal dann irgendwann geschafft hab, dann werde ich wieder aufnehmen! Bis dahin! Oh, ist das ätzend! Oh, ätzend! Verdammt! So! Hier sind wir dann wieder! Bzw. Hier machen wir dann erstmal weiter! Und... Wir sehen... Ganz viele... Ja! Springen! Oh, warum klappt das denn nicht? So wie ich will! Stopp! So war Typ! Nein! 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 Stopp! Ich bin so klug! Jetzt hab ich den geoffscreen! Was denn? Danke, lieber Leg! Liebes Leg! Wie auch immer! So, da drüber gesprungen! Und was ist in dem... Bitte lass es noch irgendwie ein Elefant oder sowas sein! Oh, Kitty! Äh... Kitty ist ja schon Katze! Oh Gott! Oh nein! Nein! Tot! Oh Gott! Elefant 1! Okay! Oh! Ist das... Ah! Nerven, ey! Jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wie ich das eben gemacht hab mit diesem dämlichen entspringen! Wie ich das denke vorzuhaben und tun! Also, wie ich das auch weiterhin machen werde, glaube ich! Tot! Ich hab gesagt, tot, Mensch! Tot! Der ist auch tot! Der ist weg! Nein! Das gibt es doch nicht! Oh! Bis gleich! Oh, ist das scheiße! Mann! Mann! Mann!